Ich kann es dir leider wirklich nicht sagen. Tut mir wirklich leid. Alala. 10 Jahre später. Aber dann kann ich mal eben eine Info noch zu den Adventure Maps berichten. Das ist ja kein Ding. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare auch posten, ob ihr noch gute Adventure Maps kennt. Oder sogar, wenn ihr eigene gebaut habt, könnt ihr mir ja per PN ja mal eine schicken. Vielleicht werde ich sie jetzt erspielen. Stimmt's? Wäre ja mal was. Mal so eine User-eingeschickte Map. Was? So müssen wir darunter und nicht hier, weil hier sind Drohnen. Schon wieder Sticks. Nehmen wir mal die anderen zwei. Formen wir einen Gegenstand mit dem Schatten. Hä? So ein Schatten. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Hier hinten geht es auf jeden Fall Wetter. Also... Ne, okay, doch nicht. Ich glaube, das ist tödlich. Wir haben... Geben wir gerade bitte die Sticks her. Und die Kohle. Ich muss das Shit da unten auch noch lesen. Formen wir einen Gegenstand mit den Schattenweichen. Ich verstehe nicht ganz. Nehmen wir die da so lange. Ach! Mit dem Schattenweichen. Fackeln! Und warum haben wir bitte schön... ähm... Cobblestone bekommen? Wahrscheinlich, weil wir gleich irgendwann dann... äh... was abbauen müssen. Na ja, gut, dann habe ich jetzt... ähm... Wo geht es denn weiter? Die da Maus! Ja, ja, ich weiß. Also hier geht es... glaube ich nicht weiter. Zumindest, äh... Das ist irgendwie Aua aus hier unten. Oh, oh. Der Void. Heieieiei! Du musst... Du musst die Leertaste gedrückt halten. Ähm... Warum habe ich eigentlich bitte schön... So... Fackel! Ah, jetzt weiß ich auch, wieso er meint, äh... Äh... Wir brauchen Gegenstände, wo die Schatten weichen. Haha. Damit wir Licht haben, wa? Cool. Ich bin hier durch die Tür gegangen. Yay? Heieieiei, ihr Fledermäuse. Geht mir gerade ein... Büsschen auf dem Senkel! Ich bin hier gerade im Kreis gelaufen. Hahaha. Hier geht es weiter, hier ist auch nochmal eine Tür. Das ist jetzt die gleiche, wie gerade eben? Du läufst im Kreis, deswegen... Jaaah... Du spinn me right round. Alter, hier sind 1000 Millionen Gänge, oder was? Was sieht aber... Was war denn überhaupt... Was war denn überhaupt... Schlüssel! Also, ich hab den Schlüssel... Ich hab den Weg... Also, ich hab die Tür schon mal gefunden, wo wir einen Schlüssel brauchen. Das heißt, wir müssen irgendwo noch eine Whetstone... Ähm... Noch eine Whetstone... Eihalt? Nicht drunter springen, das ist der Void. Außer du möchtest gerne sterben. Ja, pass auf. Da ist doch glaube ich auch Void, oder? Ja. Yeeeey! Okay. Was? Ähm... Ich hab... Erstens hab ich den Schlüssel... Zweitens... Hab ich Schwerter bekommen. Und noch mehr Fackeln. Ja, cool. Wenn ich dich jetzt noch finden würde, dann... Hey, ich hab die Tür gefunden, wo Schlüssel dran steht. Da will ich gerade irgendwie hin. Vollgemein an Schimmer. Hallo! Der war schlecht. Nein, der war gut. Du hast ihn noch nicht verstanden. Komm mal kurz her! Iiiiih, Steven kotzt mit Schwertern auf mich. Ja, aber wieso gibt er uns Schwerter, wenn wir eh keine Monster haben? Eine Schallplatte? Ich glaub, ich weiß, womit der hier gearbeitet hat, in diesem Raum. Mit Musik? Track-Update. Okay. Nicht Track-Update. Block-Update! Ich höre Stimmen. Sie kommen von dort vorne. Flüsterns. Du darfst das Flüsternde da sprechen. Ab! Hier! Der dritte Schild. Steht aber nichts auf den Schildern. Ach. Hast du den Bug, dass auf den Schildern nichts steht? Ja. Du auch? Nein. Einzige Möglichkeit ist kurz, dass du dich ausloggst. Aber sonst mach ich das eben. Okay. Wie, er ist nicht mehr im Kerker. Dann sucht ihn, verdammt. Oh shit. Schnell weg hier. Das war jetzt gerade aber nicht mehr flüsternd. Nein, weil das halbwegs brüll... Das stand was mit brüllen. Deswegen hab ich versucht, das ein bisschen anders zu betonen. Oh, wenn du, äh... Wenn du das so hören willst, so flüstern, normal... Brüllen! Ah, du mich auch. Ganz doll, mindestens dreimal. Doch, dreimal sogar? Hier ist eine Druckplatze. Gibt's hier sonst nichts? Scheinbar nicht. Warte, ich folge dir. Wahoho! Hey, wieder Sprung, Map! Ja, wahrscheinlich muss hier einer stehenbleiben und der andere muss dann hoch. Nein, es bleibt doch draußen. Fuck! Komm, kannst ruhig auch mit hoch. Ja, aber wieso sollte er denn da unbedingt eine Druckplatte hinbauen? Damit, damit die Pistons raus... Als ich draufgedacht bin, sind die Pistons rausgefahren. Steh, steh. What the foo? Angel? Kohle? Schlüssel? Och, alter! Will der mich veräppeln? Was ist denn das für ein fieser Raum? Komm mal! Wie da genau dann FES-Einbrüche, wenn ich natürlich springen will. Na komm. Na komm! Na komm! Hast du die Tür hier mit einem einfachen Sprung oder mit einem Doppel? Ich springe oft mit doppelt. Ja, aber ich bekomme da oben das nicht hin. Dann versuch's mit doppelten oder so. Hab ich, ja. Oh, alter, ich kann so nicht arbeiten. Ich verstehe. Ähm. Ja, ich löse kurz das Rätsel und dann, ähm, hole ich dich, ja? Darf ich grad mal bitte ein Cobblestone da oben reinsetzen? Wenn du möchtest. Ja. Bis wir uns dann halt nur irgendwann mal wieder er, äh, schieten. Ey! ETF? Was ist? Kohle, Kohle, angeln! Hier ist ein Schlüssel. Hast du grad mal einen Schlüssel? Ich bin grad dabei, den zu holen, wenn das hier richtig lang geht. Willst'n du da drüber kommen, überhaupt? Checkpoint, ich hab mir ein... Checkpoint? Wo komm ich denn hier hin? Ah, hier, gut. Konntest du da nicht einfach mal nach drüben laufen? Ich muss'n... Schlüssel zu finden sein. Eben, rede mit mir. Hinten fliegen Federmäuse. Ich hab Angst. Ich weiß. Vielleicht will Batman mich ja drücken. Ich hab'n... Ich blick nur gerade nicht ganz durch. Wie bist du da drüber gekommen, überhaupt? Mit, äh, mit einer Angel auf die, äh, die naheliegendste, äh, ähm, äh, Holzdruckplatte. Er zwingt mich da runter zu springen. Ist da oben eigentlich irgendwas? Nein, da oben ist gar nichts. Hä? Ist doch nichts, wie du rüberkommen kannst. Doch, am Rand, am Rand. Yay, ich bin auch drüben. Ja, ich blick noch nicht so ganz durch. Die Sache ist nämlich... Wenn ich diesen Checkpoint, äh, Checkpoint hier bewege, ja? Also, wenn ihr, äh, 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 da hinten ist so'n Loch. Was mich dazu bewegen könnte, äh, wieder nach hinten zu springen. Nur was bringt das? Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Wieso zwingst du mich, bitteschön, wieder hier hin zu springen? Weil da der Schlüssel ist, wohin wir müssen? Ja, ich suche, ich gucke gerade, wo der sein könnte. Ist aber geschieht, haa. Hier stimmt irgendwas in diesem ganzen Raum nicht. Na, warte, ich mach mal hier. Hey, ich hab die Pressureplate aufgemacht. Voll cool, die Wand backt. Hier stimmt irgendwas nicht. Da geht's nicht. Und? So, ah. Ah. Oder auch nicht, ah. Was war denn drin? Diamant. Nur ein Diamant. Ich hab den Schlüssel! Ich hab ihn! Wo war er denn? Pass auf. Du siehst doch da dieses Eisengitter mit der Truhe. Dahinter. Da war der drin. Ah, ist das fies. Hä? Kommst du? Kann meine 24 FPS es zulassen? Ich hoffe, äh, äh. Äh, 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 äh. Da steht nochmal, äh... Das ist doch nicht dein Ernst, mein lieber Map-Ersteller, oder? Das ist nicht dein Ernst. Lass mich raten, da steht Schlüssel.